Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Fußball-Historie. Hier gibt es jede Woche eine kurze Geschichte aus der Fußballgeschichte. Mein Name ist Felix und heute geht es um den Wettskandal um Robert Heuzer. Denn heute vor 16 Jahren, am 21. Januar 2005, legte der Schiedsrichter Robert Heuzer sein Amt nieder. Es wurden Vorwürfe bekannt, dass er den Ausgang von ihm geleiteter Fußballspiele beeinflusst habe, um bei Fußballwetten Gewinne zu erreichen. Doch was passierte zuvor eigentlich? Vielleicht können sich einige von euch noch an das DFB-Pokalspiel zwischen dem SC Paderborn und dem Hamburger SV im August 2004 erinnern. Der HSV war damals als Bundesligist haushoher Favorit gegen die Paderborner aus der dritten Liga. So stand es nach einer halben Stunde dann auch, wie erwartet, 2 zu 0 für die Norddeutschen. Doch es gab von Beginn an viele scheinbar unbedeutende Situationen, in denen Heuzer gegen die Hamburger entschied. Die erste entscheidende Situation folgte in der 36. Spielminute. Paderborns Kapitän Theis Wartering ließ sich nach einem hereingeflangten Freistoß im Strafraum fallen und Heuzer zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt. Ein unberechtigter Strafstoß, den die Paderborner verwandelten und somit stand es nur noch 2 zu 1 für den HSV. Kurz bevor das Spiel fortgesetzt werden sollte, wurde der bis dahin beste Hamburger Emile Mpenza mit glattrot vom Platz gestellt, wegen Schiedsrichterbeleidigungen. Wie Heuzer später einmal selbst sagte, kam ihm das sehr gelegen. Danach kippte das Spiel. Die Außenseiter wurden durch die Hilfe Heuzer stärker, glichen dann durch einen Kopfball aus, den man auch als Foul hätte werten können. Nach der Pause schoss Paderborn dann das 3 zu 2. Die HSV-Spieler wirkten bisweilen fahrig in den Aktionen, konnten sich aber sammeln und waren drauf und dran, den Ausgleich zu erzielen. Also handelte Heuzer und gab einen weiteren Elfmeter. Der war allerdings noch absurder als der erste. Alexander Löbel knickte ohne Berührung ein, als sein Hamburger Gegenspieler Bastian Reinhardt vor ihm am Ball war. Dem Paderborner sah man das schlechte Gewissen fast schon an. Reinhardt und seine Mitspieler winkten nur lachend ab. In der Pause hatte sich nämlich herumgesprochen, dass Heuzer den Paderbornern auf dem Weg in die Kabine gesagt haben soll, spielt weiter, den Rest erledige ich. Durch den Elfmeter fiel das 4 zu 2 für den SC Paderborn und das Spiel war entschieden. Ich kann euch aufgrund der rechten Situation leider keine Highlights an dieser Stelle zeigen. Verlinke die aber unter meinem YouTube-Video und kann es euch nur empfehlen, das Ganze selbst einmal anzuschauen. Für den damaligen HSV-Trainer Klaus Topmöller war die Karriere als Bundesligatrainer vorbei. Er wurde kurz darauf gefeuert. Besser lief es erst noch für Robert Heuzer. Der traf sich abends nach dem Spiel mit seinem Wettpaten Ante Sapina im Charlottenburger Café King und erhielt 67.000 Euro und einen Plasmafernseher. Sapina und andere Beteiligte der kroatischen Wettmafia verdient mit diesem einen Spiel alleine rund 700.000 Euro. Heuzers früherer Kollege und heutiger Bundesliga-Schiri Manuel Gräfe begann spätestens an diesem Tag Indizien gegen ihn zu sammeln. Gemeinsam mit anderen Berliner Schiedsrichtern klärte Gräfe den Fall beim DFB auf. Eine entscheidende Personalie dabei, der heutige Bundesliga-Schiri Felix Zweier. Er bekam schon Monate vorher bei einem der ersten Manipulationsversuche von Heuzer Geld von ihm angeboten, um ihm bei der Sache zu helfen. Mit den Beweisen Zweiers und der Aufklärungsarbeit von Gräfe und den anderen Schiedsrichtern flogen Robert Heuzer und mit ihm ein zweiter Schiedsrichter, der gerne vergessen wird, Dominik Marx auf. Vor Gericht zeigte sich Heuzer geständig und wurde schließlich zu zwei Jahren und fünf Monaten Haft verurteilt, die er auch größtenteils absaß. Der DFB sperrte ihn und Marx lebenslang. Auch Felix Zweier, der als Heuzers Assistent vor einem früheren Spiel 300 Euro angenommen und dies verschwiegen hatte, wurde vom DFB verurteilt, leitet heute aber Spiele der Champions League. Der Paderborner Waterring durfte ein paar Monate nicht kicken. Auch andere Spieler waren involviert und wurden gesperrt. Das Unvorstellbare war also eingetreten. Deutsche Schiedsrichter, die damals im Ruf standen, die Besten der Welt zu sein, hatten betrogen. Und das anderthalb Jahre vor der WM im eigenen Land. Das war's mit dieser kurzen Geschichte. Und wenn ihr nächste Woche wieder etwas aus der Geschichte des Fußballs hören wollt, dann lasst doch ein Abo da und liked dieses Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.